Es ist soweit, wir haben weitere Namen und Details für die nächsten 2020er Sets. Es wird echt spannend, es gibt sogar teilweise schon Leaks und ich möchte euch heute alles genauer erklären. Es gibt unter anderem Infos zu Speed Champions, Technik, Star Wars, den Lego Minifigure Serien, Harry Potter, Architecture, Batman und Super Heroes und noch weiteren. Und ich würde sagen, jetzt können wir anfangen, ganz viel Spaß und los geht's. Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur BrickStory. Herzlich willkommen zu einem sehr spannenden neuen Teil und zwar werden wir heute die ersten Set-Namen für 2020 durchgehen. Das Ganze wird sehr, sehr spannend. Wir haben noch keine offiziellen Bilder für die meisten der Sachen, weil das Ganze natürlich noch nicht angekündigt wurde offiziell. Aber die Sachen, die hier schon drauf sind, die werden wohl so eintreten und ich werde euch heute alles genau erklären. Das heißt, es könnte auch so werden, dass ihr nicht viel sehen werdet tatsächlich. Ihr werdet vor allen Dingen meine Stimme hören und was ich dazu erkläre. Ihr könnt das Ganze theoretisch dann auch im Hintergrund laufen lassen und nebenbei noch irgendwie Lego bauen oder sonst irgendwas. Die Namen, die wir jetzt haben, hören sich gar nicht so schlecht an. Es sind wirklich ein paar spannende Sachen dabei und ich würde sagen, wir gehen jetzt alle Themen der Reihe nach durch. Wir fangen direkt an mit den Speed Champions, denn hier haben wir auch schon die ersten Bilder tatsächlich zu. Und zwar gibt es jetzt eine große Änderung bei den Speed Champions. Ihr könnt hier sehen, das erste Set wurde direkt angekündigt, der Jaguar, ein Jaguar Twin Pack und zwar mit einem Formel E-Auto und dem I-Pace. Und ihr könnt hier schon sehen, bei den Speed Champions ändert sich jetzt die Breite der Fahrzeuge. Wir haben jetzt nicht mehr sechs Stats Breite, sondern acht Stats. Das bedeutet, dass die Sachen natürlich detaillierter werden. Ihr könnt hier sehen, diese Autos sehen schon gar nicht schlecht aus. Aber das bedeutet natürlich auch, dass mehr Steine verbaut werden müssen, um das Ganze herzustellen. Der Maßstab wird anders und passt dann vielleicht nicht mehr zu den regulären Speed Champions Sets. Und die einzelnen Autos werden natürlich auch teurer. Wir haben jetzt pro Auto eine UVP von 20 Euro, also 19,99 Euro anstatt 15 Euro wie vorher. Und bei den größeren Sets wird es wahrscheinlich auch etwas teurer werden. Da wissen wir es halt noch nicht so genau, je nachdem, was da noch für ein Kleinkram mit dabei ist. Auf jeden Fall seht ihr hier das eine Set. Außerdem wird es nochmal ein Ferrari Roadcar geben. Das wird dann auch nochmal ein Einzelset sein. Außerdem den Nissan GTR Nismo. Außerdem den 1985er Audi Quattro S1. Und nochmal ein Lamborghini 2-Pack, also zwei Lamborghinis. Ich bin gespannt, welche Varianten es dann sind. Ich hoffe, es sind neuere Varianten des Lamborghini. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr, sehr drauf. Außerdem geht es nochmal weiter mit Lego Technik News. Und zwar wird es hier einige Neuheiten geben. Der Kram, der jetzt kommt, das sind eher die kleineren Sachen. Also kein weiterer Liebherr. Erstmal, das wird dann wohl wahrscheinlich erst im Sommer dann genauer erscheinen. Erstmal haben wir einen Strand Buggy. Ein 2-in-1 Auto für 9,99 Euro. Ein Mini-Class Xerion für 9,99 Euro. Außerdem, ich denke mal, da wird die Lizenz dann auch mit dabei sein, soweit ich weiß. Außerdem ein Dragster für 20 Euro. Genauso wie ein Rent-Rug. Und die werden beide ein Pullback-Auto haben. Und außerdem noch eine Stunt-Show mit einem Truck und Motorrad für 50 Euro. Da wird das Motorrad dann wohl auch einen Pullback-Motor haben. Sowie ein Kran-LKW für 100 Euro. Das wird dann ein etwas kleinerer Kran wie der 42009 sein. Und dazu, das was mich persönlich am meisten reizt, das Top Gear Rally-Auto. Hier haben wir eine UVP von 130 Euro mit sage und schreibe 463 Teilen. Das hört sich jetzt erstmal nach einer richtigen Ansage an. Aber hier ist erstmal natürlich noch die Top Gear Lizenz mit dabei. Und natürlich das ganze Control Plus Zeug. Erstmal, ich hoffe, es wird wohl ein Rally-Auto werden. Und so wie es aussieht, kein Bestimmtes. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir dann auf jeden Fall eine Lizenz dazu gewünscht von irgendeinem Auto. Wird wohl nicht kommen. Es wird wohl dann, das Top Gear wird wohl sein, dass es irgendwelche Sticker gibt, die dann halt Top Gear sagen oder so. Minifigur ist auch eher unwahrscheinlich. Also zum Beispiel, das Stick würde sich ja anbieten. Da wird wohl eher nicht mit dabei sein. Und ich würde mir hier auf jeden Fall wünschen, dass das Control Plus jetzt endlich mal weiterentwickelt wird. Dass die Motoren sich ein bisschen schneller drehen und dann irgendwas Besonderes passiert. Da wäre ich auf jeden Fall gespannt. Außerdem wird es auch nochmal ein Wonder Woman Set geben. Und zwar zum neuen Wonder Woman 84 Film. Was genau das sein wird, wo genau das spielt, was genau da drin sein wird, ist überhaupt noch nicht bekannt. Und außerdem wird es nochmal mehrere Minecraft Sets geben. Und zwar Big Fig Creeper and Ocelot. Das dürfte vielleicht für die Minecraft Fans noch ein bisschen interessanter sein, weil der Creeper hat so ein ikonisches Teil. Es ist ein Big Fig Pig mit einem Baby Zombie. Dann die Panda Nursery. Der Villager Outpost. Und der Villager Raid. So wie das Tiger Adventure. Tiger ist, denke ich mal, eine von diesen Zonen in Minecraft. Und außerdem wird es nochmal ganz viele weitere Lego Hidden Side Sets geben. Mit dabei haben wir einmal Inside the Hidden Side. Das hört sich sehr nach Stranger Things an. Bin ich mal gespannt. Außerdem Jacks Truck und Gas Station. So wie El Fuegos Stunt Plane. Dann nochmal die Newbury Haunted Cave. Newbury Haunted Lighthouse. Und Newbury Haunted Fairground. Und da hören sich die letzten Modelle vor allen Dingen relativ spannend an. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann tatsächlich werden wird. Ich denke, für mich ist das Ganze dann auch, wenn, dann nur für die Teile interessant. Außerdem haben wir dann hier nochmal einige Ninjago Sets, die bald rauskommen werden. Und wir kommen natürlich auch noch gleich zu den spannenderen Sachen, wie dem neuen großen Batman Exklusiv Set. Und den Minifiguren Serien. Aber erstmal die Ninjago Sachen. Wir haben hier den Jungle Raider. Den Golden Mech. Colts Speeder Car. Carl Kai's Mech Jet. Sowie den Gamers Market. Jay & Lloyd's Velocity Racers. Ninja Tuner Car. Jay's Cyber Dragon. Empire Temple of Madness. Kai Avatar. Akkart Pot. Und dann nochmal weitere Akkart Pots. Bei den Akkart Pots, es sieht wohl so aus, als ob das Ganze in Richtung Gaming gehen könnte. Da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Vielleicht ist der Drache was Spannendes. Außerdem noch weitere Disney Sets. Hier haben wir dann Moanas. Ocean Adventure. Aoras Royal Carriage. Mulans Storybook Adventures. Frozen Storybook Adventures. Ariels Storybook Adventures. Bell Storybook Adventures. Und nochmal die Cinderella Castle Celebrations. Es sieht wohl hier so aus, als ob diese Storybook Adventures was Neues werden könnten. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann am Ende tatsächlich aussieht. Zusätzlich haben wir nochmal einmal Lego Dots. Das wird auch nochmal so eine weitere Serie. Ich denke, die wird für Mädchen dann speziell sein. Auf jeden Fall gibt es hier verschiedene Bracelets. Und dann nochmal Cubes, Holder und Pots. Ich denke mal, das wird einfach so sein, dass man sich sowas ähnliches halt gestalten kann. Es gab es ja auch schon mal früher mit dem Click-It. Da konnte man auch sowas zusammenstecken und sich irgendwelche Halsbänder machen. Und so weiter. Und dann gibt es nochmal weitere Lego Star Wars Sets. Und die dürfen jetzt mal endlich wieder spannend werden. Da hatten wir ja schon erste Gerüchte. Jetzt gibt es genauere Dinge. Außerdem wissen wir jetzt, dass es das Mandalorian Pack geben wird. Oder The Mandalorian Pack. Bis jetzt hieß das ja Huckleberry Pack. Das wird dann vier Figuren mit dabei haben. Und dann auch im Januar rauskommen. Das First Order Trooper Battle Pack. Mit 105 Teilen und vier Figuren. Dann auch im Januar den Y-Wing Microfighter. Den 4 Plus Snowspeeder. Und außerdem nochmal das Banta vs. Skyhopper Microfighter Set. Mit einem Skyhopper Piloten und einem Tusken Raider. Das ist nochmal eine schöne Variante, um an den Tusken Raider ranzukommen. Und außerdem das Kylo Rens Shuttle als Microfighter. Ich bin mal hier gespannt, ob da jetzt tatsächlich Kylo Ren dabei sein wird. Erwarte ich eher nicht. Und außerdem geht es nochmal weiter mit dem Anakin vs. Obi-Wan Playset. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Hier haben wir jetzt erste Leaks über die Anakin Minifigur. Und sie wird wohl offensichtlich das gleiche Haar haben, wie der The Clone Wars Anakin. Bin ich mal gespannt, ob das dann tatsächlich so wird. Oder ob das jetzt halt erst nur so ein Fehler war. Ich kann es verstehen, wenn sie die gleiche Frisur nehmen. Auf jeden Fall bin ich dann gespannt, was da noch so mit dabei ist. Außerdem haben wir da den TIE Dagger. 80 Dollar für 470 Teile hört sich jetzt schon mal wieder sehr, sehr schräg an. Das ist auf jeden Fall ein neues Fahrzeug, was jetzt in Episode 9 eingeführt wird. Passend dazu gibt es dann auch den Resistance X-Wing in weiß und orange mit 761 Teilen und 90 für 90 Dollar. Da bin ich auch gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Ob das jetzt so viel anders zu dem X-Wing wird, den wir jetzt schon in Episode 7 gleich zweimal auch hatten. Weiß ich nicht. Dann wird es auch nochmal was Interessantes geben. Und zwar einen großen D.O. Der wird dann so ähnlich wie BB-8, der Pork und halt Yoda. Für 70 Euro bin ich auch mal gespannt, wie die das dann halt mit dem Kopf machen, dass der nicht durch die Gegend rollt. Und außerdem wird es auch nochmal zwei, ja, besondere Star Wars Sets geben, die dann wohl für Anerwachsene gerichtet sind. Einmal einen Boba Fett Helm und nochmal einen Stormtrooper Helm. Auch ein bisschen größer als die beiden, die wir jetzt schon auf der Comic Con gesehen haben. Und soweit wäre es jetzt erstmal mit den Star Wars Sachen. Das hört sich erstmal schon mal gar nicht so schlecht an. Im Winter kommen halt immer die ganz kleinen Sachen raus, weil das halt nach Weihnachten ist und dann Leute wohl eher kleinere Sachen kaufen wollen, anstatt die großen Sachen. Dann müsst ihr euch vielleicht noch ein bisschen auf den Mai konzentrieren, wenn das nächste UCS-Set dann kommt. Was genau das aber sein wird, wissen wir leider noch überhaupt nicht. Aber wir wissen etwas über die neuen Lego-Minifiguren-Serien. Und das könnte echt sehr, sehr spannend werden. Wir haben hier drei neue Serien, die dann wohl in 2020 erscheinen werden. Einmal wird im Januar eine DC-Serie erscheinen mit speziell DC-Minifiguren. Dann wird es nochmal eine weitere normale Minifiguren-Serie im Mai geben, bei der es auch richtig spannend werden könnte. Und nochmal eine nächste Harry-Potter-Serie. Ich werde euch jetzt einmal alles erzählen, was wir darüber bis jetzt wissen. Angefangen mit der DC-Serie, da wird es jetzt dann wohl auch wieder 16 Minifiguren geben, soweit ich weiß. Davon ist das Gerücht, dass wieder eine nur einmal im ganzen Karton drin sein wird. Wobei das relativiert hier, weil diese Kartons, die es jetzt zu verkaufen gibt, also die es dann zu kaufen gibt, da werden nur noch 30 Blindbags drin sein. Das heißt, theoretisch würde die Chance dann etwas besser sein. Also 1 zu 30 im Vergleich zu 1 zu 60, weil vorher halt 60 Minifiguren in einer Box drin gewesen sind. Außerdem ist es so, dass da solche kleinen Action-Teile mit dabei sein werden. Damit soll man dann bestimmte Posen der Minifiguren nachstellen können oder die Minifiguren halt besser hinstellen können. Bin ich gespannt, was daraus wird. Und auf jeden Fall kennen wir schon die ersten Charaktere, die hier mit dabei sind. Das Ganze hört sich für mich so ein bisschen nach einem Flop an. Also es sind, klar, es sind sehr, sehr coole Charaktere. Aber den größten Teil dieser Charaktere kenne ich persönlich als DC-Fan noch nicht mal. Okay, als DC-Film-Fan zumindest kenne ich die größten Teils davon nicht. Das sind halt sehr, sehr comiclastige Sachen. Und ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, dass so Comic-Sachen speziell in Deutschland jetzt so sehr beliebt sind. Da denke ich, wird wohl eher in den USA eine größere Nachfrage herrschen. Und bei uns wird das, denke ich mal, dann auch so relativ unbeliebt sein. Also zumindest nach meinem Gefühl. Kann natürlich sein, dass ich mich da irre. Kann natürlich auch nicht sein. Aber ich merke es für mich persönlich, an welchen Videos jetzt halt das größte Interesse ist. Und normalerweise ist das bei den Comic-Sachen nicht ganz so groß. Auf jeden Fall haben wir hier einmal den Classic Batman mit dabei. Außerdem nochmal die Classic Wonder Woman, Cyborg, Aquaman, Huntress, Simon Bass, Stargirl, Sinestro, Metamorpho, Bee Queen, Sheetha und Mr. Miracle. Ganz ehrlich, die Hälfte davon kenne ich nicht so wirklich, beziehungsweise nur so nebenbei. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese ganze Minifiguren-Serie dann aufgenommen wird. Also es ist alles sehr kunterbunt und so weiter. Man hat schon die ersten Leaks gesehen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Weil ich jetzt nicht so wirklich das Gefühl habe, dass die so krassen Comic-Sachen richtig beliebt sind in Deutschland. Naja, auf jeden Fall wird es auch noch eine nächste Minifiguren-Serie geben. Und zwar dann wohl die Jubiläumsserie. Einerseits, weil es jetzt die 20. Serie ist. Andererseits aber auch, weil ich glaube, die erste Serie ist in 2009, ach in 2010 herausgekommen. Und deshalb sind es jetzt 10 Jahre, dass es Lego-Minifiguren-Serien gibt. Vielleicht passiert ja nochmal was Besonderes. Ich würde erwarten, dass es wieder einen Mr. Gold gibt. Und es gibt auch schon erste Gerüchte darüber. Bin ich mal gespannt. Und das wäre auf jeden Fall mega cool, sich mal wieder auf die Jagd nach einer seltenen Lego-Minifigur zu begeben, die es dann nur 10.000 Mal gibt. Da hätte ich richtig Lust drauf. Und natürlich gibt es auch im August nochmal die zweite Lego-Harry-Potter-Serie. Da werde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf freuen. Da gibt es ja so viele Charaktere noch, auf die ich mich freue. Und dort weiß man dann noch nicht genau, wie viele Minifiguren jetzt in welcher Serie drin sein werden. Aber es geht auch noch weiter mit vier Harry-Potter-Sets. Über die wissen wir leider noch keine Details. Aber es wird vier weitere Harry-Potter-Sets geben. Genauso wie zwei weitere Architecture-Sets. Und zwar einmal Tokio und einmal Dubai. Das werden dann so Skylines wieder werden, die wir ja schon aus diversen anderen Städten kennen. Und dazu haben wir dann nochmal natürlich die News über das große neue Batman-Set. Wir haben noch ein paar Superhero-Sets, bevor wir jetzt zum Batman-Set kommen. Es wird einmal aus der Marvel-Reihe den Thanos-Mech geben, sowie den Iron-Man-Mech. Dort wird dann in dem Thanos-Mech eine Thanos-Minifigur mit dabei sein. Die hat einen Helm auf. Das ist dieser ganz normale Ritter-Helm, den wir kennen. Und die sieht ein bisschen strange aus. Aber in dem Iron-Man-Mech wird auch noch eine Iron-Man-Minifigur dabei sein, die, so wie es aussieht, auf Endgame basiert und dann halt einen neuen Helm bekommt. So wie wir das dann auch schon von zum Beispiel Ant-Man kennen. Der wird dann halt so einen platten Helm dann haben. Auf die Figur freue ich mich echt. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Beide für 10 Euro wahrscheinlich. Außerdem noch das Hulk-Drop-Set, was wir ja schon kennen. Und nochmal das Avengers-Speeder-Bike-Attack-Set. Dort haben wir dann einmal Black Panther mit dabei, Thor und einen AIM-Soldaten. AIM gab es ja schon mal in Iron Man 3. Und dazu nochmal den Avengers-Truck mit Captain America, mit Hawkeye und zwei AIM-Soldaten. So wie es aussieht, beruht das Ganze natürlich nicht auf AIM-Game. Ich habe jetzt keine AIM-Soldaten im Film gesehen. Mal schauen, also der Hawkeye wird wohl auch eine Comic-Variante von Hawkeye sein. So wie es bis jetzt aussieht. Also irgendwelche Comic-Sets sind das dann wieder. Und jetzt kommen noch ein paar Spider-Man-Sachen. Und zwar haben wir hier einmal dann den Spider-Man-Mech, den Vulture-Struck-Ambush. Dann das Spider-Man vs. Doc-Ock-Set. Das ist gerade erst aus dem Programm gegangen, warum das jetzt nochmal neu kommt. Und Mysterious Menons und außerdem nochmal Spider-Jet vs. Venom-Mech. Das sind alles dann halt auch Sets, die auf keinen Film beruhen. So, und jetzt kommen wir zum spannendsten überhaupt. Und zwar zum Batman-D2C-Set. Und zwar wird es ein großes Batman-Set geben. Für 250 Euro. Also genauso wie das Jurassic World-Set. Mit 3.306 Teilen. Das entspricht einem Teilepreis von 7,6 Cent. Also das erinnert mich sehr stark an Jurassic World. Es wird auf dem 1989er Tim Burton Batman-Film beruhen. Und wir haben schon die ersten, ähm, wieder Leaks halt zu den Minifiguren. Hier ist einmal Batman mit dabei. Und hier ist halt auch noch einmal der Joker mit dabei. In der klassischen Variante. Der Batman hat hier was Neues. Sieht aus, als ob es ein, ähm, Hartplastik-Cape für ihn geben wird. Das heißt, das Cape ist vollkommen fest. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Auf die Batman-Figur freue ich mich echt. Der Joker sieht relativ, ähm, basic aus. Also nicht wirklich besonders. Aber vielleicht ändert sich ja nochmal daran was. Ich bin gespannt, ob diese 3.306 Teile tatsächlich alle für das Auto drauf gehen. Rechne ich jetzt eher mal nicht mit. Weil zum Beispiel, wenn ihr euch den Mustang anguckt. Da, ähm, sind jetzt ja auch nicht, äh, da sind über 1.000 Teile, glaube ich, mit dabei. Aber kein 3.000 halt. Also entweder müsste das Ding halt riesengroß sein. Oder, was, äh, wohl ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass vielleicht nochmal irgendein, äh, Nebenbild mit dabei ist. Wie zum Beispiel das Bat-Signal. Das könnte ich mir jetzt hier gut vorstellen. Oder irgendwas, irgendwas Ähnliches. Ähm, schreibt mir dazu eure Meinung auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf dieses Set. Und es wird auch nochmal ein weiteres, äh, kleines Geschenkset geben, was dann auch auf Lego Batman basiert. Ihr wisst ja, es ist das 80-jährige Jubiläum von Batman. Und dieses Geschenkset ist eigentlich fast 1 zu 1 das gleiche, wie dieses Batmobil, was wir schon haben. Nur nochmal halt, äh, als Geschenkset. Es werden aber keine Minifiguren mit dabei sein. Und es sieht eigentlich fast genauso aus. Nur, dass es halt ein bisschen anders verpackt ist. So, das ist soweit dazu. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle News so mitbekommen. Ich werde mich natürlich nochmal melden, wenn wir weitere Details haben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die meisten von den Sets. Ich freue mich natürlich auf den Sommer, wenn es wieder größere Sachen gibt. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch ganz viel Spaß. Habt eine schöne Zeit und ciao.